Hallo zusammen, willkommen hier bei FlexAport. Was wir anbieten, ist nicht die ganze Toilette, sondern nur eine bestehende Toilette einen Einsatz. Das sieht bei jeder Toilette ein kleines bisschen anders aus. Man muss also sein Toilettenmodell kennen. Das findet man raus, wenn man die Toilette rauszieht, dann bekommt man einen Ring, der genau in die Toilette passt und fertig ist der Umbau. Was man dann noch braucht, wenn man ein großes Vorhaben hat, ist ein Behälter, in der eine Hundekotüte eingesetzt ist. Da landet die Feststoffe drin. Wenn man fertig ist, nimmt man die Tüte raus, macht den Knoten rein und ab in Restmüll. Urin fließt unten drunter durch, geht in die Kassette, allerdings nur noch Urin, das heißt man braucht keine harte Chemie mehr. Zitronensäure reicht, um die Verkeimung von Urin zu einem großen Teil zu verhindern. Nach vier Tagen stinkt Urin trotzdem, dann muss er entsorgt werden. Dann muss er weggeschüttet werden, kann aber auch in eine ganz normale Toilette entsorgt werden und braucht keine Sanitärstation mehr dafür. Geht mit jeder Toilette? Genau, wir haben es für alle Toiletten. Aber wie gesagt, jede Toilette hat dann ein bisschen eine andere Form. Unser Anspruch ist, dass das in der Toilette drin sitzt, nicht rumwackelt, sondern auch während der Fahrt an Ort und Stelle bleiben muss. Genau, deswegen, wir haben für alle Toiletten das verfügbar. Fiamma, Dometic, Tedford, Orta Potis, für alle. Also, ja, wo wir alles stehen. Fiamma, Dometic, Tedford, Orta Potis, für alle. Fiamma, Dometic, Tedford, Orta Potis.